Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Heute nehme ich euch mit in die Welt der Superhelden. Das war, na klar, Superman. Der Held mit dem blau-roten Anzug kann fliegen, er hat übernatürliche Kräfte und ist fast unverwundbar. Normalerweise kämpft er gegen den machthungrigen Lex Luthor. Soweit, so bekannt. Viel spannender ist aber für uns hier, kurz nach seiner Erfindung wurde er vor allem zur Propaganda gegen die Nazis eingesetzt. Wie die Superhelden-Comics rund um Superman, aber auch Batman oder Wonder Woman vor knapp 100 Jahren erfunden wurden und wie sie in den USA für den Kampf gegen ganz reale Feinde genutzt wurden, darum dreht sich diese Folge. Außerdem habe ich für euch recherchiert, wann und wo eigentlich das Papier erfunden wurde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ob nun DC Comics mit den schon erwähnten Superman und Batman oder auch Marvel mit Spider-Man oder Thor. Heutzutage sind die Figuren aus Superhelden-Comics omnipräsent. Die Geschichten werden in den Heften ständig weitergeschrieben. Noch viel größer sind aber die vielen, vielen Blockbuster, die gedreht und vermarktet werden. Die Superhelden retten in den Geschichten immer wieder aufs Neue die Welt. Und in ihrer Anfangsphase, da kämpften sie sogar gegen die Nazis und Adolf Hitler. Wie die Comics ihren Siegeszug in Amerika antraten und wie sie nach dem Krieg fast wieder verschwunden wären, das erklärt mir und euch jetzt der Literaturwissenschaftler Thomas Nährlich von der Uni Bern. Hallo Herr Nährlich. Hallo. Fangen wir mal ganz am Anfang der Superhelden-Comics an. Wo kommen die her? Wie sind die entstanden? Also die Superhelden-Comics sind natürlich nicht vom Himmel gefallen. Da gibt es verschiedene Elemente und Traditionen, die da zusammengeführt wurden. In medialer und ästhetischer Hinsicht kann man ganz weit zurückgreifen. Es gibt die Bildergeschichten, die wir seit den Hüllenmalereien kennen. Also ein ganz altes Format, sich Geschichten zu erzählen. Wandteppiche im Mittelalter. Man kann auch Wilhelm Busch dazu zählen. Alles das sind mediale Vorläufer der Superhelden-Comics. Wo kommen die Figuren her, die Geschichten? Da kann man vielleicht auch zu weit zurückgreifen auf die griechische Mythologie. Also Herkules, Odysseus, solche Figuren, die eine Rolle gespielt haben bei den Schöpfern von Superhelden. Aber auch weibliche Figuren, wie die Amazonen zum Beispiel. Wonder Woman, kennen Sie, ist eine Figur, die an der Amazone ist. Es gibt die nordischen Sagen. Thor zum Beispiel ist ein Superheld bei den Marvel-Comics. Und biblische Geschichten. All das ist dann von den Superhelden-Schöpferinnen und Schöpfern zusammengeführt worden. Und Figuren zum Beispiel wie Simson, beziehungsweise Samson in der Bibel. So eine Figur, der ist ganz stark, kämpft gegen zigtausend Krieger. Und hat eine Schwachstelle, nämlich sein Haar, was ihm abgeschnitten werden kann, berühmterweise. Und der hat also auch schon so eine Schwachstelle. Oder wir kennen die sprichwörtliche Achillesferse von Achilles. All diese Figuren haben geradezu Modell gestanden für die heutigen Superhelden. Dann gehen wir mal zu diesen modernen Superhelden. Welcher war der erste davon, von denen, die wir heute noch kennen? Und wo kam der her? Der allererste war tatsächlich Superman. Der ist 1938 das erste Mal in einem Comic des Verlags Detective Comics, also später DC, aufgetreten. Und an dem Beispiel kann man vielleicht nochmal auf weitere Hintergründe zu sprechen kommen. Jerry Siegel und Joe Schuster, das waren die Erschöpfer von Superman. Die waren zu dem Zeitpunkt im Grunde noch Teenager. Die haben beide Jahrgang 1914 und sind Immigranten aus Europa gewesen, die jüdische Immigranten, die dann in den USA unter recht prekären Bedingungen gelebt haben zunächst. Und die sich so als Jugendfantasie im Grunde diesen Superman ausgedacht haben. Und dass solche abgehängten, marginalisierten Bewohner damals der USA auf die Idee kommen, solche Traumfiguren sich auszudenken, das kann man ja durchaus heute auch nachvollziehen. Und als sie diese Figur erschufen, haben sie das erste Mal den Namen Superman allerdings 1933 verwendet für eine illustrierte Bildergeschichte. Und da sieht Superman noch ganz anders aus. Da hat er noch einen Glatzkopf, eine dämonische Gestalt. Und daran lässt sich auch zeigen, dass es noch einen philosophischen Hintergrund für die Superman-Erschöpfung gibt, nämlich Nietzsches Konzept des Übermenschen. Nietzsche hatte dieses Konzept entworfen als seine Art Überwindung der Menschheit. Und der amerikanische oder englische Übersetzung von Übermensch ist Superman. Und so haben sie ihre Gestalt genannt, damals 1933. Das hat dann erst zunächst nicht ganz verfangen. Sie haben das rekonzipiert und 1938 dann, wie gesagt, zuerstmals diese heute bekannte, bunte, freundliche Superman-Gestalt erschaffen. Die Züge der ursprünglichen Gestalt, diesem dämonischen Glatzkopf, die haben sie dann dem Erzfeind von Superman, nämlich Alex Luther, verliehen. Dann muss ich an der Stelle fragen, Sie haben gesagt, dieser erste etwas dämonische Superman, der hat nicht verfangen. Wie sah das denn dann 1938 aus? War das ein Instant-Hit? Ging das schnell mit dem Erfolg auch von diesem komplett neuen Genre? Also Superman ist total eingeschlagen, also der Superman, den wir heute kennen. Er hat innerhalb von ein paar Monaten sofort einen täglichen Comicstrip in den Zeitungen bekommen, wurde dann in 300 verschiedenen Zeitungen in den USA abgedruckt. Er hat dann eine Heftreihe bekommen, eine eigene, die mit über 1000 Folgen bis heute ununterbrochen läuft. Es gab Rundfunkadaptionen fürs Radio, fürs Fernsehen, es gab die Kinofilme und so weiter und so fort. Und er war natürlich nur der Erste einer ganzen Reihe von enorm vielen unterschiedlichen Superheldengestalten. Also schon ein Jahr später, 1939, ist Batman zum ersten Mal erschienen, erschaffen von Bob Kane. 1941, dann kam Marvel auf und hat Captain America geschaffen. Wonder Woman ist auch schon 1941 als erste weibliche Superheldin entstanden. Übrigens auch eine interessante Hintergrundgeschichte, erschaffen von einem Psychologen, der eine frühe Form des Lügendetektors erschaffen hatte. Und Wonder Woman hat ja so ein Lasso, mit dem sie die Wahrheit aus den Leuten herausziehen kann. Und das wird so auf diesen Lügendetektor zurückbezogen. Außerdem hat er sich als Feminist verstanden und hatte eine polyamoröse Beziehung mit zwei Frauen. Also interessante Gestalt. Also auch schon solche feministischen Strömungen gab es in den allerfrühsten Superheldengeschichten. Und dann ist das eben durch die Decke gegangen, das Genre. Das Genre wurde ja dann im Zweiten Weltkrieg auch als Propagandainstrument genutzt. Wie wurde das genutzt? Wie wurde das eingesetzt? Also da gab es aus meiner Sicht drei wesentliche Punkte. Das erste ist, es gibt ein ganz bekanntes Cover eines Hefts, des ersten Hefts, in dem Captain America aufgetreten ist. Und da gibt er Hitler einen Faustschlag. Und da zeigt sich schon, dass also schon Jerry Siegel und Joe Schuster waren ja antifaschistisch ursprünglich eingestellt mit ihrer Superheldenfigur. Und Captain America trieb das sozusagen noch auf die Spitze. Es wurde gezeigt, dass Superhelden gegen die Nazis kämpfen können, gegen die Feinde der USA kämpfen können. Das war 1941 noch vor Kriegseintritt der USA. Und diese Superhelden wurden auch eingesetzt, um die Politikerinnen und Politiker der USA dazu zu bewegen, sich einzusetzen für den Kriegseintritt. Der zweite Faktor hat genau damit zu tun, nämlich die Superhelden wurden eingesetzt, um mit ihnen Werbung zu machen für Kriegsanleihen, War Bonds. Also man sollte als normalere Bürgerinnen und Bürger Kriegsanleihen kaufen, um die Kriegsausgaben der USA mit zu finanzieren. Und das wurde eben auch mit Hilfe von Werbefiguren, von superheldischen Werbefiguren gemacht. Und der dritte Aspekt, das geht dann schon auch in Richtung des Kalten Kriegs, nämlich neben den antifaschistischen Superhelden gab es dann auch noch solche, die gegen die kommunistischen Gegner kämpften. Also bald hatten wir dann eben auch sowjetische, chinesische, koreanische Gegner, gegen die die Superhelden eingesetzt wurden oder ins Feld geführt wurden. Und das hat sich bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts weitergezogen. Und wenn Sie sagen, das hat sich so weit auch weitergezogen, nehme ich an, das hat auch durchaus verfangen beim Publikum. Das hat sehr verfangen. Also es gibt, man kann die Politik der Superhelden bis heute nachvollziehen. Das hat natürlich auch nicht immer nur mit Krieg zu tun, sondern auch mit sozialen Themen wie Armut, Drogen, Konsum. Heute sind Geschlechterverhältnisse, Kolonialismus ein Thema in Superhelden-Comics. Homosexualität, das Verhältnis zum Islam, Klimawandel, Ökologie. Also das ganze Feld der Superhelden ist aus meiner Sicht von der Politik, insbesondere natürlich der USA, überhaupt nicht zu trennen. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Nachkriegszeit zurück. In den USA gab es ja dann kulturelle Umwälzungen, nenne ich es mal. Und zu der Zeit, wenn ich es richtig recherchiert habe, gab es ja auch Probleme für die Comic-Books. Ja, also vor allem nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war, gewonnen war von den USA, gab es sozusagen auch diese Berechtigung für diese Figuren nicht mehr so stark. Vor allem für die Gewalt, die in den Comics durchaus dargestellt worden war. Die hatte nun nicht mehr diese militärische Berechtigung. Und dann gab es durchaus Gegenbewegungen. Der berühmteste Kritiker in den USA, der Superhelden, war Frederick Wortham. Der hat ein Buch geschrieben, ist auch ein Psychologe gewesen, ein Buch geschrieben, The Seduction of the Innocent, die Verführung der Unschuldigen, in der er einen Zusammenhang herstellt zwischen der Lektüre von Comic-Literatur und Jugendkriminalität, sexueller Devianz, Armut, sozialen Ungleichheiten und so weiter und so fort. Vor allem eben bei Jugendlichen, bei Kindern. Das ist sehr stark aufgegriffen worden von den Kirchen, von Politikerinnen und Politikern, von der Presse. Das ist bis hin in Senatssitzungen diskutiert worden und hat die Comic-Verlage wiederum sehr stark unter Druck gesetzt. Und die haben als Reaktion darauf so eine Art Prüfstelle für sich selbst und Regelwerk für sich selbst entworfen, den sogenannten Comics Code, der sie zu einer sehr recht harschen Form der Selbstzensur sozusagen verpflichtete. Das war es alles in den 50ern, hat sich dann später wiederum gelockert. Heute kennen wir das wieder nicht mehr so stark, dass die Comics so stark unter ideologischem Verdacht sozusagen stehen. Thomas Nährlich, vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke. Vielen Dank Ihnen, Herr Woott. Jetzt haben wir viel über Comics gesprochen und all diese Comic-Hefte müssen ja auch gedruckt werden. Das geschieht, Überraschung, auf Papier. Und wo das herkommt, darum geht es jetzt. Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality TV mag, ja und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Auch wenn Papier für uns heute selbstverständlich ist, es ist noch gar nicht so alt. In der Antike schrieben die Menschen auf Wachs oder Tontafeln und auf Leder. Das, was damals dem heutigen Papier am nächsten kam, war Papyrus. Der wurde vor rund 5000 Jahren in Ägypten erfunden und bestand aus überkreuzgelegten Streifen des Marks der Papyrus-Pflanze. Diese Schichten wurden gepresst, getrocknet und dann poliert. Aus Ägypten verbreitete sich der Papyrus dann in der damaligen Welt, also vor allem rund ums Mittelmeer. Im Orient entwickelte sich um das zweite Jahrhundert vor Christus aber noch eine weitere Variante beschreibbarer Trägerflächen, das Pergament. Das wurde aus der Haut von Kälbern, Ziegen oder Schafen hergestellt, die erst in einer Kalklösung eingeweicht und anschließend gespannt wurde. Danach wurde die Haut geschabt, um sie möglichst haarfrei und eben zu bekommen. So, und das Papier, wie wir es heute kennen, das kam dann offiziell im Jahr 105 nach Christus ins Spiel. Ein chinesischer Beamter der dortigen Behörde für Fertigung von Instrumenten und Waffen mit dem Namen Tsai Lun beschrieb erstmals das heute bekannte Verwässern, Aufkochen und anschließende Schöpfen von Zellstoff, um Papier herzustellen. Das ist die offizielle Geschichte. Aber Tsai Lun war wohl vor allem wichtig für die Optimierung und Verbreitung. Denn historisch ist Papier schon viel, viel länger nachweisbar, nämlich ab etwa dem zweiten Jahrhundert vor Christus, also rund 300 Jahre vor seiner offiziellen Erfindung. Nach Tsai Lun verbreitete sich das Papier dann sukzessive erst in Asien und dann im Rest der Welt. Um das Jahr 750 gelangte es in die islamische Welt und nach Europa kam das Papier dann schließlich im 11. Jahrhundert. In Europa angekommen, wurde die Herstellung dann sukzessive optimiert. Die Zerkleinerung der Zellstoffe wurde durch Wassermühlen mechanisiert, Papierpressen beschleunigten die Trocknung und die Erfindung eines Schöpfsiebs ermöglichte das Setzen von Wasserzeichen. Durch diese Prozesse wurde das Papier immer besser, was schließlich in der Erfindung des modernen Buchdrucks durch Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert gipfelte. Von da an verdrängte es seine Alternativen nach und nach immer mehr und war ab dem 17. Jahrhundert die absolut vorherrschende Grundlage für alle Schreibformen. Und damit endet mal wieder eine Folge von AHA History. Wenn ihr eine Themenidee habt, dann schreibt mir gern an history-at-welt.de. An dieser Adresse könnt ihr mir auch schreiben, wenn ihr Lob oder Kritik loswerden wollt. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mir ein paar Sterne und eine Bewertung auf den Plattformen da lasst. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören.